Guten Tag meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier am Messestand der Firma Wagner und Co. Solartechnik GmbH auf der ISH 2011. Wir präsentieren Ihnen heute unser Ratio-Kompaktsystem, ein System mit dem der Handwerker einen ganzen Tag Arbeit im Keller sparen kann, ein vormontiertes Solarsystem, welches Ihnen auch Frischwasser bereitet und Sie die komplette Heiztechnik bereits in diesem Kompaktsystem integriert haben. Ein wesentlicher Vorteil für Sie ist, dass über die patentierten Anschlüsse wir in der Lage sind, 20% der Wärmeverluste des Speichers zu minimieren. Sie können dieses System bei Gasbrennwerthermen, Ölbrennwerthermen einsetzen. Wir machen das dann mit einer Rücklaufbeimischung oder natürlich auch als Puffersystem verwenden. Die Montage ist sehr einfach und kann von einem Gesellen und sogar von einem Auszubildenden ohne Probleme geleistet werden. Sie ersparen sich dadurch auch eine Fehlersuche im Falle eines Falles, da das komplette System elektrisch vorverdrahtet und vorverkabelt ist.